Herzlich Willkommen zurück zu Diablo 4. Also ich bin drin. Du scheinbar nicht. Doch, jetzt. Da bist du. Mir zittern jetzt noch die Hände. Hm, was? Nix. Ich konnte nur was trinken. Warum machst du dann so einen Aufstand? Oh, ich habe keinen Trank mehr drin. Ich muss mal einen Trank nehmen. Oh ja, warte mal, da sagst du gerade was. Scheiße, jetzt ist der abgelaufen, wo wir eben da drin das gemacht haben, glaube ich. Jetzt gleich was zum Befreien. Ich befreie die Machen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich weiß, ich bin der Lebensretter. Ja, vier Stück müssen wir noch machen. Wieso wieder... Ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin doch von eben. Ich bin mal durcheinander. Aber Legionen, ich habe mal irgendwo was gehört mit Legionen. Äh, er ist links oder er ist rechts? Ja, geh vor. Ja, tolle. Mein Golem tritt in die Falle rein. Geil. Geil. Oh, hier sind ganz viele. Warte mal, lass uns mal... Wuhu! Guten Tag. Seid gesegnet. Ja, ja, ebenfalls, ebenfalls. Ja, genau! Ihr seid eine Heilige. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich habe schon mal zwei gerettet, während du hier ein bisschen rumgespielt hast. Hm? Ich denke mal, den letzten werden wir aber dann unten nur finden. Ja, irgendwo hat da gerade welche angezeigt. Aber die sind alle weg. Hast du das gemacht? Ja, das sind die zwei, die dich gerettet haben. Okay. Ich habe auch zwei gerettet. Das kann nicht sein. Der hat noch vier übrig. Ich habe unten zwei gerettet. Also, wie gesagt, ich denke, das kriegst du jetzt nur noch, wenn du zurückgehst. Hier sind jetzt nur noch die... Das sind die drei gerettet. Okay. Hä? Meine Leichenexplosionen haben mich jetzt, äh, geschädigt oder was? Würden die mich veräppeln? Was haben die geschädigt? Verstehe ich nicht. Warte mal, da ist die Tür. Da kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen nach unten dann weiter. Kann man da nicht her? Wo bist du jetzt hingegangen? Hä, da geht's aber gar nicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter. Wo du bist? Wir müssen da hoch. Was zeigt die mir denn hier für'n Quatsch an? Ach so, rechts hoch. Wie Quatsch. Quatschi, Quatschi, Quatsch. Wie Quatsch. Aber da ist nur der Schlüssel. Aber dir geht's noch gut, oder? Hier ist die Tür versiegelt. Meine Tür ist versiegelt. Da kommen wir nicht hin. Hä, jetzt komm ich wieder hier aus. Nee, dahinten. Ach, jetzt geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Ich einmal dir folge, nehme ich mich verloren. Ja, aber ich bin dir ja gerade gefolgt. Das war ja das Problem. Du bist komplett falsch rumgelaufen. Wie hab ich Hunger auf den Dömer? Hätte ich nichts geben. Aber ich hab kein Geld mehr. Ich hab wieder 30 Euro, den ich da wieder rausgeben muss. Ah, das ist gut. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und der 15. ist erst Ende nächster Woche. Scheiße. Und da der Gesetzgeber ja wieder sowas Geiles gemacht hat, kriegt man jetzt noch weniger Gehalt. Mit allen Pflegeversicherungen. Äh, aber ja. Tür ist jetzt auf, deswegen. Ach, was jetzt? Warte, ich bin nur nicht da. Da, da, da sind jetzt ein paar Gegner. Hallo. Ja, hallo, dann warte doch mal auf mich. Kann ich nicht. Die haben mich gerade angegriffen. Was war das für Mist? Und eine schockierte Mutter. Na, jetzt rennt hier ein Gegner weg vom... Hä, wo ist der hinterher? Der ist nicht hinterher. Ich hab keine Heilung, geil. Oh, ich hab's hingekriegt. Weil ich bin hier so kurz hinter die Tür, wollte hier stehen bleiben und auf einmal bin ich zurückgebacken und auf einmal kamen überall die Gegner. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Zerstört Blut-Obelisken. Oh, diese Schiff, die? Oh, Mädel, mach einfach mal was. Was? Was hab ich denn? Was hab ich denn? Was hab ich denn? Lass eine Kiste, mich weiterlaufen. Ich hab die aufgemacht. Nein, die hab ich auch gemacht. Geister, die sind. Ich bin hingelaufen und hab gegrückt. Mann, jetzt nimm dieses Teil doch mal. Hallo, was tötet mich hier gerade? Ja, der Schnitzer. Siehst du das? Was für ein Ding? Ein Schnitzer. Ein Kehl-Schnitzer. Was für ein Ding? Na, egal. Ich bin hier die Sachen am Einsammeln und auf einmal tüttet mich hier irgendwas. Was müssen wir zerstören? Blut? Also wir müssen irgendwelche Obelisk... Er hat mit einem Schlag, hat er mir hier drei Leben auf einmal weggemacht. Ich denke, hat er so noch einer? Oh, nee. Das war nicht so ein Obelisk. Hier ist einer. Ja, ich bin nicht da. Tötet die Mutter. Hallo? Da steht da, stand da irgendwie irgendwas mit Mutter. Wo ist da oben? Der Herold der Mutter ist wieder da hier. Den Herold, tötet den Herold. Kann ich nicht. Ich muss den Obelisken jetzt holen. Nee, der ist gut weg. Der ist jünger, der Mutter ist doch da. Der ist doch da. Ach, hier ist doch einer. So ein unersprechliches Etwas ist hier, ja. Ja. So ein unersprechliches Etwas ist hier, ja. Also zwei, also einen haben wir zerstört. Wir müssen noch zwei zerstört und dann kommen wir erst zu dem Boss. Nee, echt? Boah, bist du clever. Ich bin nicht wahr, ich bin ja clever. Ja. Dann müsste ich aber... Dann müsste ich meine... Ganz, ganz schlau bist du. Dann müsste ich meine... 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 Meine Frick hast ja morgen Essen, oder? Ich mach da... Dann mach ich nur die morgen. Das sind deine Leute. Oh! Ich hab beides genommen. Nein, das war scheiße. Ich hab auch beides genommen, wieso? Das ist kacke, weil dann zählt das eine nicht, oder? Und hier sind keine Gegner. Was ist das erzählend? Wir brauchen einen Gegner, aber das bringt das ja nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, was es bewirkt. Ich konnte es nicht lesen. Das eine ist ein Trank, also verbesserte Eilwirkung. Und das andere ist Angriffsschaden. Mit den beiden Schwertern, die sich so etwas vollziehen. Und dann gibt's noch Geld. Das ist jetzt aber schon weg. Das war wohl nur ganz, ganz kurzfristig. Ja. Dann kommt jetzt gleich der Batscher und haut uns in die Fresse. Und dann wird es gut. Hier ist der Endboss. Also hier hinter der Tür. Die nicht aufgeht im Moment. Da läuft was. Ah, das ist die Mutter wieder. Da schlittert die Auserwählte der Mutter. Wieso ist die nur auf mich scharf? Mach die Kiste auf, schau hinein. Es gehört alles hier. Na, danke. Sei kein Schwein. Du legst mir hier Gold hin, damit ich hier direkt über diese blöde Falle stolper. Ich bin doch die gierige Dieben. Hast du das nicht mitbekommen? So, ey. Ich bin die Goldressourcen gerade am kaputt machen. Ah, hier ist so ein Ding. Hier ist so ein Blutalter. Denkst du uns Kacke. Warte nicht. Berühr den, berühr den. Und jetzt gehe ich wieder. Und machst du es jetzt alleine. Mutter. Was ist denn? Eine Schaurung. Nicht um. Was soll denn das jetzt mit Mutter ausmachen? Könnte ich nicht mit der Mutter telefonieren? Epi nach Haus telefonieren. Da ist noch die Unheilbrot. Der Ritualführer ist hier noch. Ja, ich greife da die ganze Zeit an. Aber du machst ja gar nichts. Nein. Das hat mich ja auch nicht schon ganz warm. Ich habe den Stecher von ihm bekommen. Ja. Den Stecher hast du bekommen? Den Stecher, ja. Warte mal eins. Aber ich glaube nicht, dass das hier unten links ist. Ich glaube, das ist woanders. Ich denke mal, das ist direkt von der App. Tschüss. Nein, das sind die, die mir so viel Schaden machen. Das können meine Kumpels machen. Guck mal hier. Besser das versprochene Lösegeld. Was für ein Lösegeld? Was sind sie noch alle? Ist ja noch kein Junge. Die Geißel überlebt den Angriff. Äh, Achtung. Das ist doch eine Zwischensequenz. Den müssen wir helfen. Da kommen jetzt lauter Wellen. Und dann kriegen wir Loot. Und dann haben wir kein Inventar mehr frei. Ja, wir helfen euch doch. Ich habe keine Essenz mehr. Eigentlich versuche ich gerade nur die Leute umzubringen. Aber dann mache ich ab. Ja, das ist ja die Hilfe. Hilfe! Jetzt gibt's Explosionen! Halt die Klappe! Habe ich euch alle erwischt? Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo noch Gegner sind. Hilfe! Ich bitte euch! Ja, ich kann niemandem helfen, wenn ich mich sehe, wo ihr seid. Wo die Gegner sind und überhaupt. Das verstehe ich mir ja schon einfach. Hallo? Hast du mich gerade... Hast du mich gerade erwischt? Was bist du hier für ein Penner, du? Und jetzt alle weg? Ich habe den König schlechter bekommen. Achso, ich muss denen noch helfen. Na ja, ich helfe dir auch noch. Was denn für eine Belohnung? Achso, okay. Ich kann das nicht mehr verstehen. Nein, jetzt auch nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich müsste jetzt voll sein, glaube ich. Vermute ich. Nee, ich habe noch vier Plätze frei. Soll ich es aufmachen? Entschuldigung. Ich habe deine Kiste gesehen und habe draufgebracht. Ja, ich gehe mal, glaube ich, zurück, weil ich muss erst mal, bevor wir... Jetzt habe ich noch zwei. Äh, wir müssen nach unten... Nach oben kam er nicht rum, ne? Wir müssen da nach unten. Äh. Also du willst... Was denn jetzt? Willst du dich mal eben leer machen, oder was? Ich muss mich mal eben entleeren, ja. Ach, immer diese Kerle. Ich habe aber nur noch die halbe Flasche. Beeil dich. Ja, ich beeile mich. So, Schatz, jetzt beeil dich doch endlich mal. Mir läuft der Trank aus. Boah, Schnauze. Hier liegt noch ganz viel Gold rum und ich muss das einsammeln. Jetzt muss ich noch mal zurück. Kannst du mal aufhören, alles kaputt zu machen? Die, die in der Hölle wollen auch uns gemütlich haben. Du musst hier immer alles zerstören. Warum sollen die das gemütlich haben? Wir sind hier in der Hölle. Du hast gesagt, wenn wir 34 Grad haben, dann ist das auch wunderbar, wenn wir zu Hause sind. Und dann auch. Guck mal. Wenn wir schon keinen Komfort haben, dann brauchen die das in der Hölle auch nicht. Oh, 39. Ne? Ich habe den ja auch perfekt. Da kommt doch ein Amulett raus. Hinten rechts ist das Nächste. Oh, Scheiße. Okay, ich hätte nicht hinrennen sollen. Ich gehe zu. Ich habe es vergessen. Ich dachte, wir müssen jemanden rausholen. Warum wäre auch den Blutobelissen denn noch aus? Karma habe ich bekommen. Also, du Kamer. Karma, nicht Kamer. Jetzt müssen wir den Endpost noch besiegen. Stimmt, ich bin nur noch oben. Kommt mit, Jungs. Lasst euch nicht auf Geplänkel ein. Noch weiter nach oben. Ei, ei, ei. Das ist ganz schön anstrengend. Ei, ei, ei. Und da sind wir da. Muss ich nochmal heilen? Äh, scheiße. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ne. Okay. Fröhliches Sterben. Ne, fröhliches Abschlachten war das, ne? Mit der Magier-Kilde. Ja, irgendein Heavy-Attack war doch nicht gemacht. Jetzt kriegst du verrückt. Mich auch. Ja, es explodiert. Oh, die Heavy war heftig. Da geht's doch. Der hat richtig heftige Attacken, ne? Ja, jetzt ist der... Oh, willst du mich verarschen? Vor allem habe ich keine, äh, Minions mehr. Ja, warte, gib mir zehn Sekunden, dann kann ich wilde machen. Ja, doch, ich hab noch drei wieder. Ja, das sind meine. Achso, ja, doch, deine ist auch. Das sind meine. Ohohoho. Wie geht's denn übel von dem? Hier, wir haben wieder Leichen. Ich hab keine. Das sind deine Leichen. Hä, kannst du sie nicht mitverwenden? Nein, nein. Ich denke, du kannst sie auch verwenden. Oh. Hä, wieso geht das immer so heftig bei dir? Wow. Fuck mal. Mensch, da haut der dir ja rein, ne? Was ist mit dem Möbel? Was ist das denn? Hat das auch gehört? Ah, ich dachte, mir fällt was auf den Kopf, ist das mein Golem? Wollt ihr mich verarschen? Dein Golem ist auf den Kopf gefallen. Ja, der ist irgendwie, es sah aus, als ob der von, weiß ich nicht. Ich hab doch gerade noch meine Leute wieder geholt. Jungs, wo seid ihr? Der ist noch eins zum Heilen, ne? Ja, ich hab noch sechs. Und hab gerade ein Schutzschild, jetzt nicht mehr. Oha. Oh, wo ist er? Da. Oh, das sind die Dinger, die so kreisen. Oh. Hab ich das für den gerade noch gemacht? Da müsste ich mir jetzt erstmal meine, meine Kumpel zugeholt nehmen. Zumindest ein Teil davon. Boah. Das war jetzt wirklich... Ja, der Boss war nicht so schön, ne? Ja, und auch dieses Verlies haben wir dann doch noch bezwungen. Und ja, ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann sehen, wie ich hoffentlich Level 40 erreiche. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.